Mama! Ich möchte ein Eis! Ich möchte Pommes! Okay, Kinder, überredet, aber erst gehen wir doch mal den Teppichboden kaufen. Dadurch ist ihr Teppichboden wirkungsvoll gegen Schmutz und Flecken geschützt. Wie das genau funktioniert, das zeige ich Ihnen am besten jetzt live. Sie wissen doch selbst, wie das ist. Man kann aufpassen, wie man will, irgendwann passiert es dann halt doch. Ein Schwab Cola oder Orangensaft landen auf Ihrem neuen Teppichboden. Aber keine Panik, mit dem Scotchgard-Faserschutz plus Flecklöseformel geht alles wieder weg. Probieren Sie am besten mal selbst. Das ist ja toll, da bleibt ja nichts im Teppichboden. Wie funktioniert das denn? Sie müssen sich das so vorstellen. Jede einzelne Faser ist mit einer Schutzhülle ummantelt, durch die nichts eindringen kann und an der nichts haften bleibt. Weder säurehaltige Flüssigkeiten wie zum Beispiel Rotwein oder Säfte, noch Wassereis oder Pommes, einfacher Straßenschmutz und Staub können an die Faser gelangen. Erstaunlich! Und deshalb können wir Ihnen ein besonderes... Erstaunlich! Ja...